Wer auf der Suche nach einem Gebrauchtwagen ist, hatte am vergangenen Wochenende eine gute Gelegenheit. Denn die Autohändler aus dem Bezirk Bruckmütz-Zuschlag präsentierten auf dem Brucker Hauptplatz eine große Auswahl. Wir haben beim Rundgang einige zu einem Gespräch eingeladen. Mein Name ist Kramer Raphael, ich bin Verkaufsberater bei der Firma Vogel & Co. in Kapfenberg. Wir sind heute hier bei der Gebrauchtwagenmesse mit geprüften Gebrauchtwagen, aber auch mit neuen Modellen wie zum Beispiel den Fiat 500X, den wir als 2WD sowie als Allrad anbieten können. Ganz neu mit 9-Gang-Automatik oder für den kleinen Geldbeutel unseren Fiat Panda 4x4, den wir schon ab 11.900 Euro hier bei der Gebrauchtwagenmesse stehen haben. Unsere Gebrauchtwagen sind alle überprüft, serviciert und werden mit Garantie ausgeliefert. Neuheiten auch bei Borsche Kapfenberg. Wir haben zur Zeit einen neuen Doran, der ist bereits bestellbar. Bei Finanzierung über die Borsche Bank gibt es derzeit 1000 Euro Borsche Bank Bonus. Für die private Person gibt es eine Umweltprämie. Für den Unternehmer gibt es derzeit einen Unternehmer Bonus. Gerne bieten wir Ihnen auch die Versicherung inklusive Rechtsschutzversicherung, Insassenunfallversicherung, Garantieverlängerung bis zu 5 Jahre an. Bei Borsche in Kapfenberg stehen ca. 60 bis 70 geprüfte Gebrauchtwagen und über die Weltautoplattform haben sie Zugriff auf über 16.000 Fahrzeuge in Österreich. Fürstaller bietet 3 Jahre Gebrauchtwagen-Garantie, aber auch bei Hyundai und Volvo gibt es Neuigkeiten. Wir freuen uns wieder auf der Brucker Autoschau dabei zu sein. Wir haben heuer für unsere Kunden mit den neuen Hyundai Tucson, ein absolut Top-Gerät aus der neuen Hyundai-Palette. Und bei Volvo können wir den neuen XC90 präsentieren, den wir auch als Vorführwagen auf der Autoschau mithaben. Der Gebrauchtwagen hat bei Fürstaller besonderen Stellenwert. Wir versuchen natürlich die Gebrauchtwagen für unsere Kunden so gut als möglich aufzubereiten und auf Neuwagenqualität zu bringen, um dem Kunden unsere einzigartige 3 Jahre Gebrauchtwagen-Garantie anbieten zu können. Als Besonderheit konnten diesmal Besucher am Glücksrad drehen. Jede Zahl war einem Autohaus zugeteilt, das kleine Preise bereitgestellt hatte. Über fünf Jahrzehnte ist Marcher & Sohn mit der Marke Bischot in der Brucker Autoszene. Mein Name ist Marcher Paul von Autohaus Marcher & Sohn. Das Autohaus Marcher & Sohn gibt es seit heute 52 Jahre. Wir verkaufen Bischot und neu im Sortiment sind unsere St. Young. Wir bieten 4 plus 4 Leasing, das heißt bei einem Leasingvertrag der Bischot-Bank bekommen Sie Winterräder in Guss plus Gummi oder Aluminiumräder plus Gummi zum Autokauf geschenkt. Für die Gebrauchtwagen bieten wir Ihnen Drittelfinanzierungen sowie 50-50 Finanzierungen an. Autohaus Marcher & Sohn ist nun auch im Allradsegment vertreten mit den St. Young-Modellen. Die Motorisierungen beginnen bereits ab 160 PS. Wobei zu bemerken ist, dass die Motoren von Least stammen. So wird auch der österreichische Markt gefördert. Huber ist mit der gesamten Fahrzeugpalette vertreten. Huber-Obereich, BMW und Mini sowie Huber-Kapfenberg und Nickelsdorf mit Ford und Honda Gebrauchtfahrzeugen. Auf dem Neuwagen-Sektor ist einiges zu erwarten, so jedenfalls Niederlassungsleiter Dietmar Schöckel. Beim Autohaus Huber tut sich im Herbst sehr, sehr viel. Wir haben ab der nächsten Woche verfügbar bei uns im Haus die neuen Ford-Modelle Galaxy und S-Max. Es kommt mit 7. Oktober der neue Honda HR-V sowie der neue Honda Jazz. Das sind die Highlights des heurigen Herbstes und wir sind sehr froh über diese neuen Modelle. Am Gebrauchtwagen-Sektor haben wir jetzt diese Aktion hier auf der Messe. Beim Kauf und Abschluss eines Gebrauchtfahrzeugs bis 15. Oktober gibt es von unserer Seite dazu einen 100 Euro Tankgutschein sowie die Jahresvinette für 2016. Den Schauraum umgebaut, neuer Firmenname bei Skoda. Bei uns hat sich ja sehr viel getan. Wir haben ja den neuen Schauraum praktisch gebaut, damit wir für unsere Kunden noch besser da sein können. Und wie gesagt, da tut es immer was Neues beim Autohaus Marichhofer. Namen haben wir ja auch gewechselt vom Schmolli auf Marichhofer. Aber ich glaube, das ist ja mittlerweile schon überall bekannt. Was bringt der Herbst bei Skoda Neues? Na ja, bei Skoda jetzt brandaktuell natürlich der neue Superb-Kombi. Wir haben bereits den ersten im Schauraum stehen. Es ist jeder herzlich eingeladen, einmal vorbeizukommen und das Auto auch zu probieren. Wie sieht es mit den Gebrauchten aus? Na ja, nachdem wir ja einen riesengroßen Platz haben, sind wir auch natürlich bemüht, dass wir schöne Gebrauchte haben. Tauschen wir natürlich auch gerne ein. Jedenfalls war die Brucker Gebrauchtwagenmesse wieder ein Leistungsbeweis der Autobranche im Bezirk. Und so mancher wird sich seinen Wunschtraum erfüllt haben. Wir wünschen jedenfalls eine gute und unfallfreie Fahrt.